Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Meine Freundin ist sauer, weil ich ihr eine Uhr von Lidl geschenkt habe. Und das jetzt schon seit 13.93 Uhr. Mein Terminkalender ist total voll. Das kenne ich. Termine? Nein, voll sein. Oh, ein freier Parkplatz. Oh, es ist ein Smart. Immer. An alle Männer, die immer sagen, dumm fickt gut, Intelligente auch. Nur eben nicht mit euch. Vorsicht vor unnötigen Warnungen. Deine Mutter trägt die Burger King Krone als Ehering. Ich sorge in unserer Beziehung dafür, dass bei Artitek nie wieder der weiße Basketkleber fehlt. Baby weint. Wie heißt denn der Kleine? Jonas. Halt's Maul, Jonas. Ich habe heute zwei Dinge verloren. Erstens mein Fahrradsattel, zweitens, naja. Ich drücke an eine Tür und sie geht nicht auf. Fremder sagt zu mir, sie müssen ziehen. Ich? Oh, danke. Meine nächste Option wäre eine Sprengung gewesen. Tipp an alle Erstis. Vorlesungen kann man nachholen. Geile Partys nicht. Stefan, 38, 23. Semester. Schreibt. Schreibt. Mama, 53, wird in vier Minuten bei WhatsApp mit OK antworten. Bei Veganern daheim. Schatz, kommst du? Das Essen wird welk. Wasser dehnt sich bei Kälte aus. Menschen bestehen zu 80% aus Wasser. Was lernen wir daraus? Ich bin nicht dick, mir ist nur kalt. Lebe jeden Tag, als wärst du das Letzte. Gestern erzählte ich meinem Freund, dass ich schon immer dieses Ding aus Harry Potter reiten wollte. Ein Besen? Nein, Hermine. Ich will nicht sagen, dass ich gerade bei meiner Gymnastik nicht so motiviert bin, aber eben kam jemand und zog meine Umrisse mit Kreide nach. PowerPoint ist, wenn jemand vier Stunden arbeitet, damit er dann in 20 Minuten zeigen kann, was er auch in fünf Minuten sagen könnte. Donröschen den Film. Verbieten, weil der Prinz die schlafende Prinzessin ohne Einverständnis küsst. Feminismus ist eine Karikatur ihrer selbst. Echte Frauen heißen nicht.jpg mit Nachnamen. Hab meinem Freund erzählt, meine Mom ist taub. Er soll langsam und laut reden. Und ihr hab ich gesagt, dass er geistig eingeschränkt ist. Mit Tzatziki im Essen kannst du flirten vergessen. Satz des Pythagyros. Unter Zeitdruck kann ich nicht arbeiten und ohne Zeitdruck fange ich erst gar nicht an. Ein Torfelskreis. Mir ist gestern ein Nacho im Dip abgebrochen. Scheiß Flüchtlinge. Ich wollte dir einen Zeitreisewitz erzählen, aber du mochtest ihn nicht. Ich sollte duschen gehen. Zwei Stunden später, jemand beginnt zu duschen. Ich? Oh mein Gott, du Sohn einer kanadischen Beutelratte. Ich wollte gerade duschen. Yo, Daumen hoch und like und abonnieren, um mich zu unterstützen oder zeig dieses Video doch einfach mal euren Freunden. Lustige Witze gibt's immer Freitag um 17 Uhr. Bis nächste Woche.